Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Stromausfall im Körper. Sie hören richtig, unser Körper ist natürlich eine große Batterie, ist ein Kraftwerk, produziert viel Energie. Woher kommt das und warum kommt es immer mehr zum Stromausfall? Das ist ein Thema, das ich mit einem russischen Wissenschaftler heute diskutieren will, was mir auch eine große Ehre ist, dass er heute da ist. Er ist praktischer Arzt, hat mit der russischen Weltraumforschung auch zu tun gehabt. Er hat sich für über 40 Jahre mit den Hyper-Hypo-Oxid-Therapien beschäftigt und es auch nach Europa getragen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir heute reden dürfen. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen unseren Wissenschaftler vorstellen. Weil ein Moment, Moment, es ist immer das Gleiche mit dem russischen Namen. Herzlich willkommen bei dem Studio und danke, dass du meinen Fehler schon verzeihst und mit Humor quittierst. So soll es doch sein. Danke, lieber Alexander. Vielen Dank für Ihre Überladung. Ja, ich erzähle gerne heute jetzt über Mitochondrien. Mitochondrien sind keine Hypochondrien, man muss es nicht verwechseln. Mitochondrien, das ist ein griechisches Wort, bedeutet Mythos, das bedeutet eine Fasern, und Chondrien, das sind die kleinen Kerne. Wieso so? Das kann man beim ersten Mal Mitochondrien in den Zellen gesehen, mit optischem Mikroskop, da hat man gesehen, so etwas bewegt sich, so wie Fasern mit kleinen Kernchen. Und deswegen den Namen Mitochondrien gegeben. Was sind die Mitochondrien? Mitochondrien sind Keime, die leben in unseren Zellen seit ungefähr 2,5 Milliarden Jahren. Also man kann sagen Bakterien, oder? Bakterien. Vor 2,5 Milliarden Jahren, die ganze Umgebung, die Atmosphäre in der Erde war ganz anders. Das war so wenig Sauerstoff, weniger als 1%. So viel Kohlendioxid, mehr als 10% oder 15%. Und in dieser Atmosphäre war Sauerstoff eigentlich toxisch. Leben war schon existiert auf der Erde, aber dieses Leben war anaerob. Sauerstoff war deutlich, ganz kleine Menge Sauerstoff. Und Sauerstoff für alle anaerobe Lebensformen ist toxisch. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, heisst das vielleicht auch, dass diese Bakterien den Körper erschaffen haben eines Menschen, um zu überleben? Genau. Aber die Geschichte ist ziemlich, ziemlich, ziemlich lang. Und die einzigen Bakterien, die haben sich angepasst an Sauerstoff, waren sogenannte Alpha-Proteobakterien. Die waren klein, beweglich und sie haben gefunden, ein biochemisches Mechanism, sich zu schützen gegen Sauerstoff. Weil aggressives Sauerstoff, die haben es gefunden, ein biochemisches Trick, es in Energie zu speichern, diesen toxischen Effekt. Und dann diese Energie wegschmeißen, exportieren. In Form von ATP, Adenosintriphosphat. Und Adenosintriphosphat ist ein energiereicher Molekül, die heute für alle Lebewesen, von Bakterien bis zum Menschen, ist Nummer eins energietransportierendes Substrat. So, man kann es vergleichen zum Beispiel mit Strom in unserer Zivilisation. Strom ist alles. Schaltet man aus, das Strom, und alles geht zum Stillstand. Und genauso, durch diese hunderte Millionen Jahre von der Evolution, haben diese kleinen Alpha-Proteobakterien die große anaerobe Lebewesen infiziert. Und vielleicht am Anfang einfach kaputt gemacht, wie normalerweise, wie Bakterien infizieren die Zellen, fressen sie und dann vermehren sie sich weiter. Dann hat es Millionen Jahre gedauert, bis zum, sie haben zum einen Anschluss gekommen, dass die großen Zellen versorgen Stabilität, Raum, Futter, ja. Und die kleinen leben dort in stabiler Umgebung und produzieren Energie als ATP. Das hat, nochmal, das hat gedauert, hunderte Millionen Jahre. Ich habe in meinen Verträgen, ich zeige eine Grafik, wie langsam hat Sauerstoff angestiegen, bis heutige 21 Prozent, von 0,1 Prozent. Und da waren gleich fehlige Katastrophen durch diese Evolution. Zum Beispiel, wenn Sauerstoff hat dann gestiegen bis zum ungefähr 5 oder 7 Prozent, hat die Erde so viel Energie in den Weltraum ausgestrahlt, dass die ganze Erde wird wie ein Schneeball. Hunderte Millionen Jahre, die Erde war nackter Schneeball, wegen Sauerstofferhöhung. Weil die grünen Pflanzen, die grünen Algen haben so viel Sauerstoff produziert, Atmosphäre klar geworden und die ganze Energie von der Sonne war gestrahlt zurück in den Weltraum. Also Leben hat dann über Leben tief in den Ozeanen und dann, wenn hunderte Millionen Jahre passierte, langsam diese Eiszeit war vorbei, dann Leben hat sich wiederentwickelt. Also die ganze Geschichte ist unglaublich interessant und unglaublich langsam. Was ist wichtig aber, dass heute die Mitochondrien, die sind Nachkommen von diesen Alpha-Proteobakterien, die leben in jeder Zelle von jedem aerobischen Organismus. Und die leben in solcher Umgebung, die muss ähnlich sein mit der originellen Umgebung, die war vor 2,5 Milliarden Jahren vorher. Faszinierend. Wie kann das sein? Man kann messen, wie viel Sauerstoff haben die Mitochondrien. Zum Beispiel, wir haben hier in Raumluft 21 Prozent. Bei Mitochondrien, bei gesunden Mitochondrien, gesunder Zustand, ungefähr 0,1 bis 1 Prozent Sauerstoff. So ähnlich wie vorher. Wie viel Kohlendioxid haben die gesunden Zellen und gesunden Mitochondrien? Wir messen es, ungefähr bis zu 6 Prozent Kohlendioxid. Und draußen, wir haben 0,3 Prozent Kohlendioxid. Also heute unsere Zellen, unser Organismus wiederherstellt diese urige Umgebung für die Zellen und Mitochondrien, dass sie optimal funktionieren können. Das ist ganz wichtig, weil man denkt manchmal, je mehr Sauerstoff wir bekommen, je tiefer atmen wir, desto besser, mehr Energie wir produzieren. Nein, das ist nicht so einfach. Um mehr Energie zu produzieren, man braucht mehr gesunde Mitochondrien. Einfach mit mehr Sauerstoff, das geht nicht so. Wieso hat denn der eine Mensch mehr Mitochondrien und andere weniger? Oder was passiert im Laufe des Lebens, dass diese Mitochondrien sich reduzieren? Ja. Was passiert mit Mitochondrien? Man kann nicht sagen, dass die Menschen mehr oder weniger Mitochondrien haben. Wir haben einfach verschiedene Qualitäten von Mitochondrien. Vom Anfang an, weil durch embryonale Entwicklung passiert mehrere solche Thresholds, mehrere Bottlenecks. Die Mitochondrien, einige Mitochondrien kommen durch diese Bottleneck, die anderen kommen nicht. Und deswegen auch bei Zwillingen, wir sehen Zwillinge, eineiige Zwillinge, die sehen ganz gut ähnlich aus. Aber einen kleinen Unterschied, man sieht auch mit Augen. Man macht Mitochondriale-Analyse und sieht, dass sie verschiedene Mitochondrien haben. Die Mitochondrien sind anders. Zellkern ist das gleiche, aber die Mitochondriale, DNS, ist ein bisschen anders. Es ist ein ganz feiner Mechanism, der funktioniert spezifisch, um zu kleinen Unterschiede zu schaffen. Diese kleinen Unterschiede können Vorteil geben, zum Beispiel bei einer Katastrophe. Viel Kälte geworden, viel Wärme geworden oder kosmische Strahlung stärker geworden. Einige Mitochondrien können es besser überleben, die anderen nicht. Deswegen funktioniert Evolution. Wer hat ein bisschen mehr Kapazität für Anpassung zur neuen Umgebung, der hat Chancen zu überleben und seine Gene weiterverteilen. Und deswegen spielt die Natur immer mit kleinen Unterschieden. Und dann kommt eine natürliche Selektion. So, aber was passiert mit Mitochondrien normalerweise in unserem Körper? Erst, die Mitochondriale-DNS erlebt immer ein starkes Mutationsdruck. Was bedeutet das? Wir erinnern uns jetzt, was ist Mitochondrien? Das ist eine kleine Konstruktion, so wie man sieht, wie eine Gurke. Hat viele, 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 also eine große Fläche von Membranen inside, in die Mitochondrien. Auch in Toten. Ja, solche, sie heißen Christen. Und diese Membranen, das ist der Platz, wo die Enzyme, die produzieren ATP, sind platziert. Ja, also die größere Fläche, die mehr ATP produziert wird. Und wir müssen erinnern, dass Sauerstoff, die wir einatmen, verschwindet am Ende in Mitochondrien. Also das Blut transportiert das in die Mitochondrien? Das Blut transportiert bei Erythrozyten oder bei Gelöste, zum Beispiel in Plasma. Und kommt in Mitochondrien auch nicht diese große Menge, als wir einatmen. In Mitochondrien kommt ungefähr ein Prozent, von was wir einatmen. Und das ist doch genug. Und dann kommen in die Mitochondrien auch Kraftstoffe. Der Wasserstoff. Ich vergleiche immer Mitochondrien zum Beispiel mit Motoren. Otto-Motor, der braucht Benzin. Oder Diesel-Motor, der braucht ja Diesel. Und die Mitochondrien, genau die konsumieren solche Kraftstoffe. Und mit Hilfe vom Sauerstoff verbrennen es, aber langsam. Nicht explosiv, wie in einem Motor. Aber langsam. Aber es ist eine Knallgasexplosion in einer Kaskade vor. In einer Kaskade, aber sehr, sehr fein kontrollierbar. Und dann am Ende, was produzieren die Mitochondrien? ATP, wie Strom, Wasser, Kohlendioxid und Wärme. Also ähnlich wie Motoren oder wie ein Stoff, wie ein, wie sagt man auf Deutsch? Nur was man mit Holz füttert. Ja, ein Heizofen. Ein Heizofen, ein Kohlofen oder ein Holzofen. Genau dasselbe Prozess, aber sehr fein kontrolliert. Und bei solchen Prozessen, Motoren gehen auch langsam kaputt. Es ist auch ein Ausnutzungsprozess. Genauso bei Ofen. Ja, auch Metallofen, die geht kaputt. Die verrostet. Genauso passiert mit Mitochondrien. Weil das Schlimmste ist, dass die mitochondriale DNS, weil Mitochondrien sind Nachkommen von Bakterien, und die haben ganz kleine, aber wichtige DNS in die Mitochondrien. Jede Mitochondrien hat zwei oder drei mehrere Kopien vom eigenen DNS. Und diese DNS liegt in einer brennenden Ofen. Natürlich, sie wird beschädigt. Viel schneller als DNS im Zellkern. Ungefähr, man kalkuliert, zehn bis hundertmal schneller. Und das bedeutet, dass die Mitochondrien gehen kaputt relativ schnell. Was heißt relativ schnell? Überlastung. Und man kalkuliert ungefähr zwei, drei Wochen. Aha. Und dann ist diese Mitochondrien kaputt, tot, und hat sich eigentlich reproduziert durch die neuen drei Stränge. Gibt es wieder neue Mitochondrien? Ja, ja. Ja, und ein bisschen anderes. Aber Mitochondrien, natürlich, es geht immer auf einen Recyclingprozess. Ja. Diese Recycling hat folgende Stufen. Übrigens, Mitochondrien, wir sehen im Mikroskop, besonders beim elektronischen Mikroskop, die Zelle ist schon tot. Ja. Die Zelle ist bei lebendiger Aufnahme. Man sieht ganz, ganz wenig, weil alles so transparent und man kann nicht verstehen, wie sehen Mitochondrien in die Wahrheit. Man hat also die Mitochondrien bei elektronischer Mikroskopie gesehen, immer wie so Gurken mit dieser großen Menge Spalten. Ja. Ich habe es gesehen, als Student, ich habe gearbeitet in Neuro-Gistologie und habe es gesehen, ein elektronischer Mikroskop, toll, in Neuronen voll, solche Mitochondrien. In der Wahrheit, nur 20% ihrer Lebenszeit Mitochondrien verbringen als solche Strukturen. 80% die verbringen als ein Netzwerk. Alle Mitochondrien in lebendigen Zellen ist ein Netzwerk, die man kann es vergleichen, weiß ich nicht, richtig mit einem Netz. Und die bewegen immer, die mitochondriale DNS immer bewegt sich entlang, diese mitochondriale sozusagen Netzwerk. Also ist eine lebendige atmende Struktur in 80% ihrer Zeit. Dann, wann kommt zum Kurzstress, zum Beispiel Temperaturstress oder oxidativer Stress, dann spaltet sich dieses Netzwerk an kleine Strukturen, diese gurkenformigen Mitochondrien. Und wir denken, und wann wir töten die Zellen, um zu sehen, die Mitochondrien, natürlich die spaltet. Und wir sehen dann diese Strukturen. Und in lebendigen Zellen, dieser Spaltungsprozess, stattfindet, wann Zelle, es geht ein Stress an die Zelle angetan. Temperaturstress oder oxidativer Stress oder hypoxischer Stress, also zu wenig Sauerstoff oder hyperoxischer Stress, zu viel Sauerstoff, dann spaltet sich das Netzwerk und die beschädigten Mitochondrien können lokalisiert werden. In einem Netzwerk, du kannst es nicht finden, weil alles ist vermischt. Wann die ist gespaltet, dann gibt es schon Unterschied zwischen gesunde DNS, gesunde Mitochondrien und beschädigten Mitochondrien. Und dann, in den Zellen, es gibt zahlreiche Mechanismen, die finden beschädigte Mitochondrien. Es baut sich eine Mitophagie, sogenannte Mitophagie-Prozess, wann die beschädigten Mitochondrien sind, einfach verdaut, gelöscht. Und dann bleiben nur gesunde Mitochondrien und die Zelle so kontinuierlich renoviert sich bei diesem Prozess. Bei Prozess, der heißt Mitophagie. Es gibt Autophagie insgesamt bei Fasten zum Beispiel. Und Mitophagie, das ist dieser Prozess, wann die Zellen reinigen sich vom beschädigten Mitochondrien. Es passiert sehr gut in jungen Menschen, in gesunden Menschen. Aber alle solche biologisch komplizierten Prozesse können beschädigt werden. Einfach mit Alterungsprozess oder mit Krankheiten oder mit zum Beispiel, oft ein typisches Beispiel mit Irradiation, mit Bestrahlung. Also Mitochondrien sind sehr, sehr empfindlich an all diesen Faktoren. Also noch etwas, vielleicht jetzt auch noch für die Zuschauer. Es ist eigentlich für unseren Gesundheitsprozess, als Präventiv-Vorsorge extrem wichtig, dass wir ganz viele Mitochondrien haben, die wir pflegen, die gesund sein sollten und eigentlich möglichst nicht gespalten sind, sondern eigentlich in diesem System diese 80 Prozent verbringen. Und wir möglichst wenig intervenieren, dass sie sich trennen müssen. Insgesamt ja. Aber ich muss sagen, dass wir wenig machen können gegen diesen Prozess, wenn sie Fusion entfischen, weil sie zusammen und dann spalten sich. Dieses Prozess ist sehr, sehr automatisiert, weil die Zellen müssen kontinuierlich es machen, sich zu reinigen vom beschädigten Mitochondrien. Andere Seite, dass dieses Prozess ist sehr abhängig von schädlichen Einflüssen. Zum Beispiel, man raucht zu viel, dieses Prozess wird gebremst. Man trinkt zu viel, schrecklich gebremst, dieses Prozess. Man trinkt man wenig, mäßig, ja. Es ist schon gut gezeigt, dass der sehr kontrollierte Konsum vom Alkohol hat Vorteile, auch für Mitochondrien. Ein bisschen mehr Nachteile. Was ich noch nicht ganz verstehe, ich habe immer wieder mal gelesen, dass eine Mitochondrien, die beschädigt ist, nur wenige ATPs produziert. Ja. Und eine gesunde irgendwie bis 140 oder so. Ja, das ist ganz normal. Du kannst es verstehen, so vergleichen mit einem Motor, einem neuen Motor, der produziert viel Strom, viel Horsepower und wenig Auspuff mit Freiradikalen. Je mehr ausgenutzt dieser Motor, diese Kraft ist weniger, aber viel mehr Verschmutzung. Ganz genau ist mit Mitochondrien. Die Mitochondrien dann produzieren viel mehr toxische Abfälle, einfach Strom von Freiradikalen. Und die Freiradikalen, die beschädigen mitochondriale DNS. Also, die verbrennen ihre eigene Software. Also, jeder, dieses Kraftwerk hat eigene Software und die ist sehr, sehr empfindlich. Je mehr Belastung an diesen Mitochondrien, desto mehr die geht kaputt. Falls gibt, nach dieser Belastung, eine Entspannungszeit, eine Relaxationspause, dann Reparaturprozesse stattfinden und die reparieren fast alles. Nicht 100 Prozent natürlich. Aber es ist ja eigentlich das A und O für jeden Patienten, um gesund zu werden und für Menschen, die gesund sind, auch gesund zu bleiben, ist, dass diese Mitochondrien in der Lage sind, viel Energie zu produzieren, damit diese Regeneration und Selbstheilung da ist. Wie sollen Sie das machen, ein Patient jetzt zu schauen, dass er möglichst viele Energiemoleküle produziert? Natürlich, man muss einfach logisch denken, man muss die Mitochondrien erhalten in einem guten Zustand. Wie mit Voraussetzung, dass wir bekommen von unserer Mutter, von der Eizelle, die beste von besten Mitochondrien. Es ist praktisch so, obwohl es gibt noch Ausnahmen. Also, wir haben bekommen, diese große Menge, nur nicht große Menge genug, gesunde Mitochondrien. Und durch unser Leben, wollen wir es oder nicht, die bestimmte Menge von Mitochondrien gehen kaputt. Wir können doch die Maßnahmen organisieren, die einfach unterstützen, gesunde Mitochondrien, dass die wenigstens, die haben wenige Schaden und wir bleiben immer mit besserer Qualität vom Mitochondrien. Wir bleiben immer mit besseren Motoren, mit besseren Offen. Ja, diese Maßnahmen, wir wissen ja, was man macht. Hier muss ich sozusagen einen Schritt zurück machen. Wir müssen Fragen stellen. Wie lange kann man überleben ohne Essen, ohne Ernährung? Ungefähr einen Monat. Wie lange überlebt man ohne Wasser? Ungefähr eine Woche. Wie lange überlebt man ohne Sauerstoff? Wenige Minuten. Ab sofort, wir verstehen, was ist das mächtigste Tool, das Instrument, wir können nutzen, um ein Mitochondrien zu anwenden und Mitochondrien zu steuern. Natürlich Sauerstoff. Wir wissen ja, dass die Sauermitochondrien übrigens, obwohl sie brauchen nur ein Prozent, ich sage so ungefähr, ein Prozent Sauerstoff, von was wir einatmen, die sind sehr empfindlich von den Schwankungen. Niedriger Sauerstoff, Mitochondrien fangen an schon reagieren. Zu Höher Sauerstoff, die reagieren anders. Die mitochondriale Reaktion ist immer Kontrolle von Menge von freien Radikalen, die sie verstreuen. Weil die ganze mitochondriale Kette, oxidative Phosphorylierung, es ist die Kette, wo Elektronen springen und Protonen werden gepumpt. Und bei jeder Störung von diesem Mechanismus, Mitochondrien schicken einen Fluss von freien Radikalen. Die freien Radikalen dann introduzieren Zytokine, bestimmte Eiweißmoleküle. Diese Zytokine kommen ins Zellkern und schicken Signale an DNS, welche notwendige zum Beispiel Enzyme, Mitochondrien brauchen oder welche Komponente, um sich zu reparieren. Weil die mitochondriale Gene, das ist auch eine große Geschichte, Mitochondriale Gene sind ungefähr 80% Gene, die sind mit Mitochondrien verbunden, die schon lange leben im Zellkern. In Mitochondrien selbst, wir haben nur 16,5,4 Kilo base genommen, Mitochondriale genommen. Und das ist nur Gene, die kontrollieren Prozess. Die kontrollieren keine Komponente vom mitochondriale Membran, keine Enzyme. Alle diese Informationen sind gespeichert in Zellkern. Und deswegen, das ist ein bisschen langsames Prozess. Mitochondrien müssen schnell reagieren, weil Energiebedarf schwankt immer. Man muss laufen oder entspannen und mitochondriale Energieproduktion muss schnell angepasst werden. Aber die Komponente für Reparatur, für Funktionalität, die müssen produziert werden. Erst im Zellkern kommen Signale, dann Zelle produzieren diese Enzyme und die kommen, importieren sich in Mitochondrien. Also es ist ein langsames und empfindliches Prozess. Und natürlich wir können diesen Prozess beschleunigen, kaum beschleunigen. Aber bremsen und beschädigen, das machen wir immer. Nicht genug Schlaf, zu viel Toxine, zu viel Stress, zu viel Alkohol, Rauchen, alle diese Auswirkungen bremsen, die Reparaturprozesse. Vielleicht noch zwei Minuten. Das heißt also, durch diese Intervall Hyperhypo-Oxid-Therapie, wo sie auch gibt, kann ich diese Mitrochondrien dazu bringen, dass sie schneller neue Mitrochondrien, neue Kraftwerke entstehen. und wenn ich statt eine Kraftwerke noch zwei habe oder drei habe und statt ein altes mehrere neue, produziere ich auch mehr ATP. Das heißt, hier hätte ich eine Art Schlüsselmedizin in der Hand, wo den Körper in die Lage versetzt, sich selber schneller zu heilen. Ja, ungefähr insgesamt ja, aber es gibt mehrere Details. Ja, weil ich muss erzählen erst, wieso beschädigte Mitochondrien vermehren sich schneller als die gesunden Mitochondrien. Das ist ein Paradox. Ganz wichtiges Paradox, der stattfindet bei allen chronischen Krankheiten, besonders bei neurodegenerativen Krankheiten. Aber gehen die nicht kaputt bei einer Hypoxie, bei einer Sauerstoff unter Versorgung, gehen doch diese beschädigten Kraftwerke kaputt? Leider nicht alle, weil die ganze alle lebendigen Moleküle, die wollen leben. Es ist nicht so einfach ein Leben kaputt machen, ohne Schaden für andere Moleküle. Deswegen alle Zellen und alle DNS Molekülen haben einzigen Traum sich zu vermehren. Das ist der einzige Traum sich zu vermehren und reparieren möglicherweise. Das ist so schön, wie du das gesagt hast. Und genau sehe ich 200 Jahre geschichtlicher Werdegang aus der Schulmedizin, wie man nur Krieg gegen Bakterien führt. Statt zu erkennen voller Demut vor diesem Werk, dass wir nicht leben könnten ohne diese Bakterien. Ich möchte noch einen Punkt setzen. Wir müssen noch ans Ende kommen von dieser Sendung. Wenn man jetzt über diese mit trochondriale Therapieform, wo es ja heute gibt, mehr wissen will, wo wir jetzt noch gar nicht in die Tiefe machen, da machen wir noch Sendungen darüber, aber kannst du schon aus dem Nähkästchen plaudern, gibt es da irgendwo eine Plattform, wo man sich jetzt schon schlau lesen kann, damit man wirklich mit trochondriale schafft, die wieder voll im Saft sind und genügend ATP produzieren. Ja, natürlich, wir haben schon viel gemacht, um solche Plattformen zu schaffen und ohne Zweifel eine der besten Plattformen ist hier in Schweiz, das ist der Studio von Michael Beck in Auergau und der heißt Hit4Life das ist eine tolle Studie, hat mehrere Geräte für diese Technologie und ganz gute Erfahrung, schon sehr positive Erfahrung mit allen Arten von Kunden und auch für Rehabilitationspatienten und für Sportler, weil die Methode ist schon lange anerkannt im professionellen Sport. Klar, und du hast immer Vorträge gesehen. Ja, wir haben viele Vorträge gemacht und ärztliche Ausbildungen und Fortbildungen. Ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben. Nochmals, ist es nicht wahnsinnig schön, wenn man versteht, dass sich das Leben um das Bakterium herum entwickelt hat, das heißt, das Bakterium lebt, es braucht einen anaeroben Bereich zum Überleben, die Erde war in einem anaeroben Bereich, es entwickelt sich Sauerstoff, das Bakterium will überleben, baut sich ein Mensch ringsherum, um diesen anaeroben Bereich zu erhalten. Boah! Da wirst du demütig. Es ist so. Und jetzt noch ein anderer Sarkasmus oder ein philosophischer Gedanke, wenn ja dieses Bakterium ein Leben besteht und wir eigentlich eine Unsumme von Bakterien in uns drin haben, die miteinander kommunizieren, dann frage ich mich auch ein bisschen, ist die Seele des Menschen das kollektive Bewusstsein von diesen Bakterien. Ja, man kann so philosophisch viel überlegen und so analysieren. Ich denke, es gibt große, große Möglichkeiten, das zu weiterentwickeln, verschiedene Bereiche. Ich bin aber sozusagen bis zum Knochen, ich bin ein Materialist. Ich bleibe auf materialistischen Ursachen vom Leben, auch von Psyche, weil Psyche hat auch materielle Basis und deswegen ich versuche es zu erklären und verstehe auf dieser Plattform. Verstehe ich. Obwohl, ich habe, muss ich sagen, ich habe schon erlebt, einige Phänomene, die haben keine naturwissenschaftliche Erklärung und es motiviert, weiter zu forschen. Wie kann man das erklären? Das hat zu tun auch mit Gerontologie. Ich erzähle am Ende ein paar Episoden in meinem Leben, weil es keine Erklärung gibt. Da bleiben wir dran für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und bevor ich wieder den Anfangsfehler mache, Arkady Prokopov war das heute Wissenschaftler aus Russland, praktizierender Arzt und wirklich führender Wissenschaftler von dieser Technologie Hyperhyperoxidtherapien IHHT kurz erläutert. Und ja, ich bin gespannt, was er uns noch alles aus dem Nähkästchen berichten wird. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns treu, wir bleiben auch dran und freuen uns über Ihre Treue. Alles Gute bis ein anderes Mal und wieder Lauf miteinander. Danke. Bis zum nächsten Mal.